Photoshop CS5 Blick in die Zukunft Die professionelle Bilderbearbeitungssoftware Adobe Photoshop CS5 soll aller Voraussicht nach im April 2010 auf den Markt kommen. Die Entwicklung ist im vollen Gange. Bestätigt ist bis jetzt, dass die Mac-Version von Photoshop CS5 vollständig als Carbon-Nachfolger API Kokao vorliegen und 64-Bit-fähig sein wird. Photoshop CS4 für Mac ist eine 32-Bit-Anwendung. Das Programm unterstützt maximal 3,2 GB Arbeitsspeicher. Das neue CS5 unterstützt hingegen als 64-Bit-Version mehr als 4 GB Arbeitsspeicher, sodass die Daten nicht mehr auf die Festplatte ausgelagert werden müssen. Auch die PC-Version, wie schon die Vorgänger-Version, als 64-Bit-Variante wird verfügbar sein. Bekannt ist ebenfalls, dass Adobe zusätzliche Berechnungen auf den Grafikprozessor auslagern will, um die Leistung zu steigern. Adobe hat bereits einen ersten Ausblick auf mögliche Photoshop CS5-Technologien gegeben. Bei der Weiterentwicklung des Photoshops orientiert man sich am Vorgänger. Einige veraltete Werkzeuge sollen modernisiert werden, so zum Beispiel die Einstellungsdialoge für Helligkeit, Kontrast und Sättigung, sowie das Abwedeln und Nachbelichten Werkzeug. Photoshop CS5 könnte auch eine Auswahl an Malpinseln mit unterschiedlichen Pinselspitzen erhalten, mit denen malerische Ergebnisse erzielt werden können. Gearbeitet wird nicht nur an neuen Funktionen, sondern auch an einer verbesserten Integration mit anderen Adobe-Werkzeugen. Ebenso integriert höhere Performance, innovative Bedienüberfläche und eine vereinfachte Bedienung mit erleichterem Zugang zum Einstellungsebenen. Adobe hat zudem eine neue Maskierfunktion mit Kantenerkennung für das Freistellen von Bildelementen vorgestellt, an der zurzeit gearbeitet wird. Zudem gibt es ein Warp-Tool, mit dem sich Objekte gezielt verformen lassen. Ein weiteres Highlight in Photoshop CS5 könnte die neue Patch-Match-Technologie sein. Bildelemente können verschoben oder komplett entfernt werden, indem der Bildbereich anhand eines Stempelwerkzeuges mit Farbe und Formen aus der Umgebung ersetzt wird. Zudem wurde hier auch die Stauch-Funktion weiterentwickelt. Unklar ist jedoch noch, welche Funktionen und Werkzeuge genau in Photoshop CS5 erhalten sein werden. Ja, das waren die ersten News für Photoshop CS5. Wie man hier im Bild sieht, die komplette Creative Suite wird auch noch folgen. Hier im Bild müsste man jetzt die neue Verpackung von CS5 sehen. So wird sie wahrscheinlich aussehen. Und wie schon gesagt, im April kommt sie raus 2010. Aber das kann sich natürlich auch immer noch alles rausziehen, wie das halt manchmal so ist. Ja, schreibt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet. Und das war's von mir. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017